Musik Ihr habt nix mehr oder was? Nein, das stimmt fast nicht! Wo denn? Pute, du! Hast du so'n Problem? Ja, dich! Dicker, komm, bewegt dich, bewegt dich, bewegt dich! Bewegung, Bewegung, Bewegung! Bewegung! Du BBSF, die hessische Wienerdecke! Huiiii! Freifahr, Freifahr, Freiflug, also gekült. Guck mal, sie können auch noch können. Hm, ich glaube... Geht ihr darüber? Ach, guck mal hier! Mach den hier oben! Hätte er kriegen müssen? Na, weiß ich nicht. So, wir ziehen die Kameras, äh, die sind immer jetzt ab. Auch mal noch einmal den Profiler hier. Ich müsste doch immer noch ein Hecken. Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du einfach losst du weg? Hier geht gar nichts vor! Wieso hast du Angst? Läuft doch nicht weg! Ich bin's doch nur! Komm mal her! Schätzlein! Guckuck! 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 Was ist denn der Kunden? Was heilige! Genau das meine ich! Hm, doch keine heiligen. Und? Das haben wir denn hier! dann ist denn was okay tun wir was wir machen können hier springen sterbe ich da nicht da er kann ja jumpen wie superman in gutem sein aber ich glaube so was verletzt jetzt nichts los ich habe mir getan guck mal ich blute alle schuhe kannst du mir neue kaufen ich brauche neue schuhe bitte wenn ich untersuchen die die potenziellen tatort hier gehen wir da mal hin sagt immer was zum teufel gotteslösterung geschweine kippe da bin ich denn pastor ficken entschuldigung da wusstet doch auch genau wie der fuß er ist nebenbei noch kopf erst profiler nebenbei erreichen sie das zielgebiet blutend profiler die die er muss ganz in der Nähe sein ja ich habe schon ein profiler aufgemacht Sam Fischer oder wer bist du das muss die frau sein das muss ich wohl machen ich bleib hier wohl wir müssen reden da gibt es nichts zu reden kapiert es ist aus du ist nicht gewaltig ich bin nicht fertig nein ist doch nicht gut weg da schlitte ich habe keine Waffe es ist Pistole oder oder die ich liebe schnell weg richtig der hufe sind verbessert und damit dafür ein neues auto und neue fähigkeiten ist gucken wir mal an was haben wir für fähigkeiten wo denn es gibt nichts kann ich mir also statistik fortschritt 1,4 prozent da fehlt noch ein bisschen bis 100 das sind unsere fähigkeiten hacken hacken kicken hacken kampf aber nichts da war nichts freigeschaltet da auch noch nicht ja nur halte okay das ist das im wagen verstecken fortschritt belohnung jetzt haben fortschritt bekommen aber da können wir neben mission was nehmen wir denn mal hier müssen wir das zusammen genommen Schalten Sie die App freuen, blablabla. Blub! 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 Es ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ah, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte weile dich. Du fielst noch. Ihr mir auch. Ich bin weiter. Ah, es hat die Zivilisten verloren. Sehr egal, frei drüber. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal ne Karre brauchst, ruch mich an. Ich erledige das für dich. Wer braucht der Autos? Willst du lieber zu nem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. War vielleicht. Dir geht's Maurice ganz gut. Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werd ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauch ihn. Oh, ja, er braucht ihn. Ganz dringend. Wir werden ja mal ne kleine Pause machen. Denn ich muss, ich hab noch was zu tun. Aber wenn es euch gefallen hat, dass ich bis jetzt gespielt hab. Ich hab zwar nicht viel geschwadert, aber ich hab was gezeigt von dem Spiel. Von Watch Dogs. Wenn ich weiter spielen soll, schreibt's in die Kommentare. Gib's gleich noch einen Daumen hoch. Abonniert mich. Wer weiß. Macht was er wollt. Auf jeden Fall. Bitte nur positives. Ja, ich bedanke mich dann schon mal im Voraus. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und da gehören bis zur nächsten Folge. Eventuell. Also ich werd auf jeden Fall weiter spielen und aufnehmen. Wenn ihr es gucken wollt, guckt's. Wenn nicht, dann lass es sein. Ja. Okay. Und tschüss. Bis dann.